Wird auf jeden Fall rutschig! Also hier ist der Michael, ich bin hin. Oh! Ja klar! So! 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 Wir müssen in die Richtung! Da ist er lang gefahren! Ja, alles klar! Rutsche ihn durch! Super dreckig! Da lang! Da lang! Ist jetzt nicht so schlimm, die Karre ist eigentlich niegelnagelneu. Da wäre es echt schade. Da lang! Ja! Da lang! Tim! Tim, hier links! Lass mal hier links versuchen! Die sind da oben alle! Das wird scheißrutschiger Boden! Ja! Danke schön! Danke schön! Wie war hier? Ja, weiter, weiter, weiter! Fing noch gut! Ja! 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 Ja, das ist so geil! Kurz ein bisschen zu viel gebremst oder zu wenig Gas gegeben und schon stehst du. totaler Mist oh shit 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ja so ist hinten ganz rechts ist es am einfachsten eigentlich von hier aus ist es einfach desi ja 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 Das ist ein Stück da über dem Baum noch rüber, dann war hier noch trockener. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. die eigene frau umgefahren hmm Warum müssen wir auch diesen tiefen Matsch fahren? Dammel, Dammel, Dammel! Alter! Die Narbe ist gebrochen! Aber die Kette ist ja noch ganz. Das ist echt komisch. Achso, ja. Vielleicht mit Gewicht und auf den Boden überlassen mit zwei, drei Leuten? Nee, nee, nee. Geht, geht, geht. Hopp, wieder drauf. Perfekt. Nein, die Narbe, das ist Schicht. Ja, kaputt. Jetzt rufen wir nach Matteo. Jetzt rufen wir nach Matteo. Hast du mich gerade geiles Ding genannt? Ja, klar. Oha. Hätte ich jetzt schlimmer gedacht. Ja. 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 Sollte Oh Mann, warum will die Kamera nicht in den richtigen Momenten laufen? Der fährt hoch? Geil, turn around. Kommt bei Chris, turn around. Warum? Warum? Was sind wir denn für eine Kugendruppe? Dein Benzin. Dein Benzin, Junge? Du weißt doch nicht so viel. Mann, guck da nach vorne, oder brauchst du eine Brille? Ja, braucht er. Turn around. Turn around. Da ist sie. Da kann ich mich aber noch halten. Da lang? Hier ist bisschen hart. Treffen wir uns oben? Ja. Alles klar, passt.